...und wirklich ganz, ganz breit, damit, damit... ...einfach, ja? Also, also, äh, sieht man zwar schön aus, aber wirklich... ...ausfahrt, also... ...bei mir zu Hause ist noch nie ein Po, damit... ...sind man nie passiert, irgendwie, ja? Ja, gut, äh, Leute, kommen wir zur Kultur zurück. Ja? Also, Deutsch, das, äh, ist ein schöner Teil, das ist, ich gehöre zum Beispiel beim Politikmuseum, das ist das Riesenmuseum, wie wir nur hier... ...und die haben...